Sie sind nicht der Engel. Der Engel war kleiner. Ich verstehe. Ein Dreck, verstehen Sie. Sie müssen mir helfen, Arnie. Halten Sie von meiner Geschichte, was Sie wollen. Ich bin hier. Es geht um Leben und Tod. Jetzt muss ich das aufwischen. Ich wisch nicht gerne Sachen auf, Mr. Stack. Sie hören mir nicht zu. Rufen Sie beim Service an. Verlangen Sie Donald Chapman. Oder meinetwegen Sullivan, das ist der Chief. Arnie, wenn Sie mir nicht helfen, müssen vielleicht noch mehr Menschen sterben. Aber ich helfe Ihnen doch. Ich helfe Ihnen gerade, das ganze Tellerchen fein aufzuessen. Stecken Sie sich den Fas in den Arsch und binden Sie mich endlich los. Das war jetzt zu viel des guten Mr. Stack. Den Rest können Sie sich aus dem Gesicht lecken, Stack. Ey�. Ab. Oh.